Hier ist Tommi von EKG & More mit ganz tollen News für euch. Und zwar wird hier gerade angeliefert das brandneue Volta VT5 Elektro-Nutzfahrzeug Pro-Variante. Ich zeige euch das jetzt mal. Also Fahrzeug ist jetzt noch nicht endmontiert. Also es gibt viele Verbesserungen an dem Fahrzeug gegenüber dem Vorgänger, dem Volta VT5. Ich werde euch das Fahrzeug in Kürze detailliert vorstellen. Wir haben jetzt einen neuen Lack. Also es ist so Silber-Antazit-Grau. Der Lack ist auch dementsprechend wesentlich hochwertiger als bei dem Fahrzeug davor. Wir haben auch eine ganz neue Suspension hier vorne. Gehen wir jetzt hier näher dran. Wie gesagt, gerade frisch angekommen, natürlich noch nicht montiert. Wir haben LED-Beleuchtung. Wir haben einen anderen Motor drin gegenüber dem Vorgängermodell. Natürlich gibt es das Modell dann auch mit Dach. Die Dächer liegen hier drüben. Fahrzeuge werden jetzt die nächsten Tage entmontiert. Dann stelle ich euch das Fahrzeug detailliert nochmal vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier ein Like gebt für das Video. Ganz toll wäre es, wenn ihr das Video teilt. Auch toll wäre es, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Solltet ihr Fragen zu einem unserer Fahrzeuge oder zu dem Volta VT5 Pro jetzt explizit haben, findet ihr meine Kontaktdaten in der Infobox unter dem Video beziehungsweise hier auch im Profil von meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, Tommy.